Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Löwenzahnwurzel hat eine lange Geschichte der Verwendung in traditionellen Medizinsystemen, zum Beispiel zur Unterstützung der Gesundheit von Leber- und Gallenblase. Sie kann aber auch zur Behandlung von Krebs, Verdauungsstörungen und zur Entgiftung des Körpers eingesetzt werden. Antimikrobielle, entzündungshemmende, antioxidative und krebshemmende Wirkstoffe der Löwenzahnwurzel konnten ebenfalls nachgewiesen werden. Ihre diuretische Eigenschaft hilft außerdem, überschüssiges Wasser und Giftstoffe aus dem Körper auszuscheiden. Die Löwenzahnwurzel enthält eine Vielzahl von Inhaltsstoffen, die für ihre heilenden Eigenschaften verantwortlich sind. Sie ist reich an Nährstoffen und heilenden Verbindungen. Dazu gehören Vitamine, insbesondere Vitamin A, C und D, Mineralien wie Eisen, Kalium und Zink, Ballaststoffe, Protein und Antioxidantien. Darüber hinaus enthält sie verschiedene Arten von Phytonährstoffen, einschließlich Triterpenen, Phytosterolen und phenolischen Verbindungen, die eine Vielzahl von gesundheitsfördernden Eigenschaften haben. Zwei bedeutende Inhaltsstoffe sind Taraxazin und Taraxasterol. Es handelt sich dabei um sekundäre Pflanzenstoffe bzw. Bitterstoffe, die entzündungshemmend und antioxidativ wirken. Des Weiteren unterstützen sie auch die Leberfunktion und können die Produktion von Gallensäure fördern. Darüber hinaus enthält die Löwenzahnwurzel auch Flavonoide, die als starke Antioxidantien wirken und helfen können, freie Radikale zu bekämpfen. Freie Radikale sind schädliche Moleküle, die Zellschäden verursachen und zur Entstehung von Krebs beitragen können. Die Löwenzahnwurzel enthält auch Beta-Carotin, ein Vorläufer von Vitamin A, das für seine Rolle bei der Stärkung des Immunsystems bekannt ist. Ein starkes Immunsystem ist wichtig, um Krebszellen zu bekämpfen und die allgemeine Gesundheit zu unterstützen. Zudem enthält die Löwenzahnwurzel Inulin, eine Art löslicher Ballaststoff, der die Verdauung unterstützt und den Blutzuckerspiegel stabilisiert. Sie kann auf verschiedene Weise verwendet werden. Eine beliebte Methode ist die Zubereitung von Löwenzahnwurzeltee. Dazu einfach die Wurzeln trocknen, zerkleinern und dann mit heißem Wasser übergießen. Lassen Sie den Tee für etwa 10 Minuten ziehen und genießen Sie ihn warm. Eine weitere Möglichkeit, die Löwenzahnwurzel zu nutzen, ist die Zubereitung eines gesunden Kaffeeersatzes. Rösten Sie die getrockneten und zerkleinerten Wurzeln im Ofen, bis sie dunkelbraun sind. Malen Sie sie dann zu einem feinen Pulver und bereiten Sie Ihren Löwenzahnkaffee wie gewohnten Kaffee zu. Man kann sie aber auch in Form von Kapseln, Tinkturen und Pulvern als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Wir hoffen, dass Ihnen das heutige Video geholfen hat, mehr über Löwenzahnwurzeln und Ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Durch und durch gesund.